Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist heute Dienstag. Heute ist der 14.07.2020 um 8 Uhr und 3 Minuten. Ja, schönen guten Morgen. Habt ihr gut zu schlafen? Koffer doch. Das Video ist nur bis 12 Uhr anschaubar. Danach geht das nicht mehr, weil dann passt das mit dem guten Morgen nicht mehr. Ja, was gibt es zu erzählen? Heute ist Dienstag. Ich habe eine Mail gekriegt von meiner alten Chefin aus einem anderen Bereich. Die brauchen Unterstützung. So wie es aussieht, werde ich jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht sogar Wochen, mal gucken, unterstützen und dafür wieder Schreiben erstellen und verschicken. Ich bin gespannt. Ich habe mich auch schon versucht, in die einzelnen Tools, die dazu notwendig sind, einzulocken. 50% geht noch. Das Haupttool geht nicht. Da muss ich irgendwie ein Passwort kriegen in Neues. Und ja, ich bin sehr glücklich darüber, dass man sich an mich erinnert. Ich freue mich auch nachher mit Andrea zu reden und dann gucken wir mal, was wir da reißen können. Ansonsten, meine Personalentwicklung im Unternehmen ist jetzt gestern mit meiner Chefin, Chefin besprochen worden. Und heute soll ich nochmal Feedback geben, ob das soweit passt. Und dann geht es im Endeffekt in die Unterschriftenphase und dann geht es so langsam los. Und ich bin echt überwältigt. Sagen wir mal so, wirklich überwältigt, was da auf mich zukommt. Und ich muss mal kurz Monitor so ein bisschen drehen. Was da alles so ansteht und was ich noch lernen muss und wohin die Reise geht, ich bin echt super froh. Ich kann nur einmal mehr sagen, wie glücklich ich bin, dass ich bei Toll Collect gelandet bin. Dass ich 2016, 17, 18 diese Firma gefunden habe, mich da vorgestellt habe, auch mich durch zwei Vorstellungsgespräche gewissen habe. Und dann in dem Fallbeispiel oder in der Fallstudie scheinbar vieles richtig gemacht habe. Und heute sitze ich hier im Homeoffice und arbeite für Toll Collect. Das ist super. Und ja, es wird weitergehen in neue Bereiche, neue Themen. Und ich bin echt gespannt und bin sehr glücklich darüber. Ja, ansonsten, es ist, wie gesagt, Dienstag. Der Sound ist, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu laut. Da ist doch schon wieder irgendwas über 90 Prozent. Wenn ich mir das so angucke, Device Properties, ich gucke mal 94, das war so klar. Wir waren bei 88 oder 90, aber nicht bei 94. Mann, 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 dieses WebEx grätscht da immer irgendwie dazwischen und verstellt den Sound. Zumindest ist das meine Erklärung dafür. Ja, was gibt es noch? Heute ist Dienstag, heute gibt es Stream ab 16 Uhr bis 20 Uhr sogar. Heute nicht nur 19, sondern 20 Uhr, bleibt länger hell und so weiter. Da kann man auch mal länger machen. Nee, 16 bis 20 Uhr, Darkest Dungeon. Mal gucken, wie viele Runs wir schaffen. Letzte Woche haben wir nur zwei hingekriegt. Und haben dann noch einen PvP-Run hinten dran gehangen. Und diese Woche schaffen wir vielleicht sogar vier. Mal gucken. Es gibt keine kurzen Runs mehr oder kaum noch kurze Dungeons. Deswegen dauert das in der Regel etwas länger. Ja, und was gibt es noch? Morgen kein Stream. Jermaine fängt wieder an, im Club zu arbeiten. Das heißt, er hat weniger Zeit. Und deswegen haben wir weniger Möglichkeiten zusammen zu zocken. Und das werden wir dann morgen tun. Und dafür muss dann leider Batman in den Hintergrund treten. Und hier vielleicht das Spielen, Forrest eventuell auch mit Vorling und Herrn Buff. Ich würde gern, aber ich kann mich halt nicht zerteilen. Und Jermaine hat diese Woche nur diesen einen Tag. Alle anderen Tage sind belegt. Und deswegen, ja, habe ich mich dann entschieden, komm, dann spielen wir Elite. Zumal ich ja mein Raumschiff am Donnerstag im Elite-Dangerous-Stream wieder brauche. Und momentan bin ich irgendwie 1300 Lichtjahre entfernt von zu Hause. Und das wäre nicht so gut. Ja, was gibt es sonst noch? Nächste Woche gibt es ja wahrscheinlich auch keinen Batman-Stream. Weil da sind Arnie und Buff in Berlin. Shit! Ja gut, kann man nicht ändern. Da muss Batman jetzt zwei Wochen warten, bis er wieder herangenommen wird. Oder ich mache mal am Wochenende ein bisschen Batman. Wäre auch eine Idee. Na, wir schauen mal. Ja, das ist es eigentlich erstmal von mir. Also ein paar Streams gibt es diese Woche. Samstag oder Sonntag, dann eher Samstag wieder Days Gone. Meine Körperteile, Gliedmaßen, wie auch immer, tun nicht mehr wirklich weh. Also vom Wandern am Sonntag. Samstag habe ich am Sonntag ein bisschen was gemerkt. Und am Montag auch noch. Heute geht's. Ja, das ist es von mir. Ich werde so bald wie möglich alle Fenster schließen. Wir haben momentan 17 Grad in Berlin. Es werden aber heute bis zu 27 Grad. 10 Grad mehr. Es wird langsam sommerlich. Aber nur heute, denn morgen regnet es wieder in Strömen. Und kühlt sich wieder ab. Naja, mir ist es recht. Denn ich mag ja Hitze nicht so sehr. So, das ist es von mir. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Dienstag. Wir sehen uns, wenn ihr mögt. Später beim Stream. Und ansonsten morgen dann beim nächsten täglichen Vlog. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.